Ein herzliches Grüß Gott zum zweiten Teil der Zusammenfassung von der Mr. und Miss Fitnessuniversumwahl aus Baden. Und waren es bei der letzten Ausgabe von Lifestyle Spezial besonders die Damen, die in die richtige Blickrichtung gerückt wurden. So sind es jetzt die Herren. Und wir beginnen mit der Fitnessklasse bei den Herren. Der Fitnesssport in Europa ist seit ungefähr zwei Jahren ganz extrem. Besonders in Deutschland, wo einige, die früher Bodybuilding betrieben haben, jetzt zur Light-Version dem Fitnesssport rübergetreten sind. Schon bei den ersten Szenen und bei den Herren können Sie feststellen, dass trotzdem sehr viele Anleihen vom klassischen Bodybuilding genommen werden. Trotzdem ist auch die Gesamtperformance, die gesamte Vorstellung der einzelnen Athleten für die Bewerbungen besonders wichtig. Insgesamt sind in Baden 130 Athleten angetreten, bei Damen und Herren. Und noch einmal ein paar schöne Posen des deutschen Sven Kasper im Gegenlicht aufgenommen. Amen. Amen. Amen.